Herzlich willkommen im Gasthof Breu wird in Bergheim-Lengfelden bei Salzburg nur fünf Autominuten von der Stadt Salzburg entfernt. Wir sind ein gut bürgerliches Lokal mit schönen Gastgarten und schönen Räumlichkeiten innen drinnen. Wir haben sehr gute Speisen und ich würde euch gerne jetzt einmal das Lokal und die Speisen ein bisschen näher vorstellen. So, wir sind jetzt hier in einer unserer gemütlichen Stuben im Gasthof Breu wird. Das ist unser Salon und unser Küchenchef präsentiert uns eine unserer Schmankerl. Das ist einmal unsere Spanferkel Stelze und unsere Bräuhaus Bratwurst. Wir haben sehr viele Räumlichkeiten hier im Gasthof Breu wird bis zu 350 Sitzplätze, einen großen Saal, wo auch Hochzeiten und größere Feierlichkeiten abgehalten werden und wir schauen jetzt einfach weiter. – hochzäufige Musik – Untertitelung des ZDF, 2020